Hallo, guten Morgen! Wir sind mit unserem Ostsee-Apartment-Team heute wieder in der Tiernotstation Tilso. Wie jedes Jahr geben wir eine kleine Spende ab für die süßen Vierbeiner, die dort ein neues Zuhause suchen. Ich hoffe, den kleinen Mäusen gefällt es, schmeckt es und ich habe noch ein persönliches Anliegen. Es steht wieder Weihnachten vor der Tür. Überlegen Sie sich bitte gut, ob Sie sich ein Tier anschaffen möchten. Das macht viel, viel Arbeit. Man braucht ganz viel Geduld, aber es macht auch ganz viel Spaß und mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen Dank!